Herzlich Willkommen Freunde zu diesem kurzen FIFA 17 Info Video und zwar seid ihr ja alle gespannt wann die Demo jetzt endlich rauskommt Und die FIFA 17 Demo ist jetzt schon für die Xbox 360 verfügbar Das haben mir schon einige Leute bestätigt und es gibt auch schon offizielle Videos auf YouTube Also YouTuber haben einfach schon Gameplay zu FIFA 17 hochgeladen oder machen gerade FIFA 17 Livestreams Das Ganze machen die über die Xbox 360 Also die Demo ist noch nicht für die PS4 und für die Xbox One draußen und für die PS3, PS3 alles klar Für die PS3 weiß ich es ehrlich gesagt nicht Ich habe es gerade probiert, ich habe die PS3 angeschlossen, habe geschaut ob die Demo draußen ist mit dem normalen Account Und da war auf jeden Fall nichts vorhanden Vielleicht geht das mit dem neuseeländischen Account, das weiß ich nicht ganz Aber auf jeden Fall ist die Demo für die Xbox 360 schon heraus Und da könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon zocken für alle die die Xbox 360 noch irgendwie rumliegen haben Packt sie aus und spielt die Demo Man kann natürlich nicht die Journey spielen, das ist ganz ganz wichtig Denn das ist ein Game Mode, der nur für die PS4 und für die Xbox One und ich glaube auch für den PC gedacht sind Gedacht ist mehr oder weniger Und ja Freunde, das war es eigentlich auch schon zu dem ganz kurzen Infovideo Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden Die Demo wird wahrscheinlich eben heute 19 Uhr rauskommen Und ja Freunde, das war es mit dem Video Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer Ciao Leute, FIFO Stars